Wir zeigen hier im LWL Industriemuseum Henrichshütte-Hattingen die Ausstellung Helden von der Sehnsucht nach dem Besonderen und zeigen die Helden von der Antike bis zur Gegenwart, von Herkules bis zum Supermann. Und wir laden ein zu einer Spurensuche durch die Zeit und schauen natürlich auch, was sind die Helden heute. Es gibt große Verbindungen von den Helden der Antike bis zur Gegenwart, deswegen fangen wir unsere Ausstellung auch an mit einer Abteilung zu den Helden der Antike. Da werden die wichtigsten Typen der Helden schon entwickelt. Das geht los vor dem Herkules, der ist praktisch der Superheld der Antike mit allen wichtigen Momenten. Wir haben aber auch Sporthelden, wir haben nationale Helden, wir haben Kriegshelden. Das alles sind auch Abteilungen, die später bei uns vorkommen in der Ausstellung. Und hier sehen wir die ersten Grundtypen in der Antike angelegt. Wir sind jetzt hier in dem Bereich der nationalen Helden. Wir haben hier eine Galerie der deutschen nationalen Helden, die wir zeigen, eine ganz wichtige Epoche für die Helden. Aber wir zeigen auch die Helden aus Polen und aus Frankreich. Und das spannungsreiche Verhältnis dieser Staaten, das sich auch in dem Ringen der Helden gegeneinander abzeichnet. Also um die Propaganda der Helden und um die Realität, da geht es bei uns in der Abteilung der Kriegshelden. Wir sehen hier eben, wie Helden aufgebaut werden und zeigen aber auch die Schrecken der Helden, die Schrecken der Realität im Krieg. Die 30er Jahre, das ist die rasante Zeit, die rasante Zeit für Sporthelden. Motorsport, Fliegerei und vor allen Dingen Autorennen, das waren die wichtigsten Sportereignisse. Wir stehen hier vor einem Nachbau des Rekordwagens von Bernd Rosemeyer, der 1938 bei Tempo 400 tödlich verunglückt ist. Und sein Tod wurde von den Nationalsozialisten dann zum Heldentod für das neue Deutsche Reich erklärt. Wir sind mit gutem Grund hier in der Hendrickshütte Hatting. Als Zentrum der Ausstellung zeigen wir hier die Helden der Arbeit. Wir haben 1987 hier in der Hendrickshütte den großen Protest, die große Demonstration gegen die Schließung der Hütte, gegen den Wegfall der Arbeitsplätze. Die ganze Stadt steht auf, demonstriert dagegen. Und wir fragen hier auch, waren das Helden der Arbeit? Sehen Sie sich heute als Helden der Arbeit? Das ist das Thema dieser Ausstellungsabteilung. Die Helden des Ruhrgebiets sind für uns natürlich in der Ausstellung hier ganz wichtig. Wir zeigen die Helden von Horst Schimanski hier mit der Schimanski-Jacke, über Tana Schanzara, über Adolf Tegtmeier. Für mich persönlich ist ein wichtiger Ruhrgebietsheld Rusty aus dem Musical Starlight Express. Rusty, der als Vertreter der alten Industrieform als Dampflok eigentlich aus schier unlösbarer Position das Wetteren gewinnt, weil er an sich denkt. Er ist ein Underdog und das steht, glaube ich, ganz stark für die Menschen hier im Ruhrgebiet. Am Schluss der Ausstellung sind wir im Bereich Retter, Helfer, Alltagshelden und stellen uns die Frage, wie kann man eigentlich heute zum Helden werden? Ganz beeindruckende Exponate sind in diesem Bereich für uns die Stücke vom World Trade Center, von dem Anschlag 9-11. Wir haben hier einen Originalteil vom World Trade Center und einen Helm und eine Mütze von einem Feuerwehrmann und einem Polizisten, die damals bei dem Anschlag auf tragische Weise ums Leben gekommen sind. Sie haben versucht, die Menschen aus den einstützenden Gebäuden zu retten und sind dabei zu Tode gekommen und sind dafür in den USA ganz stark als Helden verklärt worden. Und damit stellen wir auch hier die Frage, was ist denn heute ein Held, was muss man sein, um heute Held sein zu können? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020